So, guten Morgen, willkommen zurück zu Swarm Simulator. Ich weiß, ihr wartet drauf. Als ob da irgendjemand drauf wartet. So, wann hab ich das? Oh, vier Tage. Ich sollte mir das vielleicht doch mal irgendwann merken, wann ich das letzte Mal aufgenommen hab, aber... Das wär ja aber... Dann müsste ich mir ja Mühe geben und... Nee, also jetzt Mühe geben? Nee, das ist... Nee, das ist... Mühe geben? Ich solltet euch nie Mühe geben. Auch auf der Arbeit nicht. Wenn mein Chef sagt, das ist ein Wichser. Soll sein Zeug doch selbst machen. Das kommt gut. Bekommt ihr eine Beförderung. Ich spreche da aus Erfahrung. Außerdem habt ihr dann viel... Danach habt ihr auch viel mehr Zeit, meine Videos zu gucken. Ich weiß zwar nicht, warum man meine Videos gucken sollte. Habe ich keine Ahnung, ehrlich gesagt. Aber es gibt ja immer irgendwelche dummen Spasten, die das machen. Ich meine, es gibt ja zum Beispiel Delphino, der guckt meine Videos. Ich weiß auch nicht, warum. So, wir upgraden mal ein paar. Ah, dann hört es doch schon wieder auf. Toll. So, was lohnt sich denn hierzu? Q-I... Q-A? Hm. Hm. Ach komm, kochen wir mal Q-A. Mach's ja so. Jetzt wollen wir ein paar Larven ausgeben für... Ich weiß gar nicht, was brauche ich denn da? 100.000. Kann ich mir 100.000? Nein, kriege ich nicht. Warte mal, also 39.000... 39.000... 39.000... Ich brauche also 100.000.000. Ja, kein Ding. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Ähm... Trillionen brauche ich. Trillionen. Kein Ding. Kriegen wir einfach zweimal da drauf und dann passt die Sache. Und dann... Können wir das hier kaufen. Was ich zur nächsten Frage bringe. Kriege ich die Million noch voll? Ja, kriege ich. Geil. Ja, ja, Moment. Jetzt muss ich kurz überlegen. Ich brauche... Das ist zu viel. Das ist zu viel. Wir wollen ja ein bisschen sparsam sein. Das ist immer noch zu viel. Leckst mich doch. 160 Trillionen ist das immer noch zu viel. Das ist immer noch. Ja, das sieht doch schon besser aus. Ja, ja. Genau kalkuliert. Dieses Millimeterarbeit, da kann ich hier damit um. Äh... QA... Eine Million, aber ich brauche jetzt 10 Millionen. Gibt's also nicht. Okay. Ich könnte nochmal eine Million machen. Mach ich mal eine Million. Ich mach mal... 100.000. Kann ich auch das mal bauen. Was bräuchte ich überhaupt da oben? 10 Billionen. Uff. So, das andere lohnt eh nicht mehr. Wir können noch ein bisschen Territorium kaufen. Ich wollte doch irgendwas erzählen. Hab's aber wieder vergessen. Sehr gut. QA-Larven. Ich hab hier immer noch Larven ohne Ende. Geben wir sie mal aus. Ähm... Ähm... Oh, das ist ja nur 1,95 und nicht 90. Oh. Ähm... Ähm... Machen wir noch ein paar Billionen. Einfach so aus Dekorationsgründen. Und dann haben wir ja Fettenergie auch hier. Äh... 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 Machen wir wieder 5er-Schritte? Machen wir wieder 5er-Schritte. Sonst wird das ja nichts. 2,95 Billionen. Hm. Ja, da könnten wir ja fast schon wieder... Da könnten wir ja fast so technisch, ne? Dinge ins Kirchen machen. Ähm... Ähm... Soll ich die Neuro-Prof jetzt gleich mal mitnehmen? Ähm... Ähm... Faszinierende Frage. Ich glaube nicht. So, was haben wir da so? QI, QA. Ja, komm, machen wir noch mal ein paar QAs. Wir haben... Ich hab so viel Larven auf einmal. Damit komm ich nicht klar. Ähm... Asenten können wir bald. Wir brauchen aber 34 Energie dafür. Haben wir... Hm... Das wären noch mal ein paar Archiven jetzt mehr. Sollten wir mal drüber nachdenken. Wieso krieg ich denn ständig rechts? Äh... Ja, kommt mit Power-D auch mal. Passt schon. Ah... Ich wollte nur irgendwas sagen. Ich hab's vergessen. Ich muss Schülwerns weiterlesen. Dass auch niemand guckt. Sehr gut. Ähm... Keine Projekte im Laufe, die niemand guckt. Ausgezeichnete Arbeit. Ähm... Ähm... Ja, komm, ich hitsche einfach alle. Und dann brauch ich mal das hier. Und dann hitsche ich dir nochmal 69 Billionen. Dann können wir auch das gleich kaufen. Und im Prinzip kann ich auch gleich 60 Billionen kommen. Ah, können wir auch gleich das Upgrade kaufen. Sehr schön. Ich brauche da 10 Billionen. Vielleicht gucken wir noch 20 Mal nach. Können sie ja geändert haben in der Zwischenzeit. Und... Einfach nur so aus Dekorationsgründen kaufe ich jetzt nichts. Okay. Ich wollte nur irgendwas erzählen, aber ich hab's vergessen. Ja, richtig. Diablo 2 haben wir angefangen als Projekt. Ich weiß auch nicht, warum. Niemand mag Diablo. Warum spiele ich jetzt? Das ist kacke. Das ist so grauenhaft. Irgendwann muss ich mal ein gutes Projekt mit Delphino spielen. Aber das könnte noch Jahrtausende dauern. Ja, komm. Hier. Baust mal noch ein paar. Ich verstehe bis heute nicht, wie Leute Diablo spielen können. Oh, schon mal mehr. Fehlt mir da das Fleisch für? Ja. Ach nee, mir fehlen die Hyphen-Presses. Ah, das hätte ich nicht. Ja, ich sehe gerade mal einen Fehler. Naja. Das hinkt ja voneinander ab. Egal. Machen wir einfach 5 Minuten Timesprung. Äh, 5 Minuten Timesprung. 5 Minuten. Hm, 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 hm. 5 Minuten. 5 Minuten. Dann passt das auch wieder. So. Das kann ich wohl noch nicht kaufen. Glücklicherweise haben wir dieses Mal nicht Sehel. Keinen Sehel-Mod. Nein. Leider nicht. Leider nicht. Ich weiß. Ihr würdet das gerne sehen. Aber nein. Es gibt keinen Sehel. Das Diablo ist schon genug. Das ist für sich genommen schon zu viel. Da brauchen wir keinen Sehel-Mod. Ja, brauchst halt noch mal ein paar Coases. Äh, Quadrillion. Wir werden auch eine Quadrillion Gegner ungefähr in Diablo töten müssen. Das ist... Jetzt läuft es aber. Auch so leicht belastendes Spielen. Also Diablo jetzt. Das hier ist viel lustiger als Diablo. Spiel doch lieber das. Also bevor ich mir Diablo kaufe, würde ich eher hier viel Geld ausgeben. Ah, kauft man da ein paar Trillionen. Fischliebe sollte ich, wieso die Leute Diablo gut finden. Aber okay. Äh, 196 Millionen. Mh, nee. Ähm. Machen wir hier 50 Millionen draus und dann... Keine Ahnung, wie brauche ich denn noch? Perfekt. Wie, dritter Profit. Oh, ein Quadrillionen Euro Profits. Kein Problem. So. Äh, notify das mal nicht mehr. Das ist... Ne, ich brauche das jetzt glaube ich nicht mehr. Ähm. Ja, komm, brauche ich noch ein paar QAs. Man hat es ja. Viel tut sich ja sonst auch nicht mehr. Könnte man ja fast schon wieder Ascending machen. Hm. Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr Mutagen vorher. Aber das kriege ich ja noch ein bisschen. Hoffe ich, denke ich. Nehme ich an. Ähm. Das sind ja QIs, ne. Dann kaufst du mir noch das Upgrade und dann machst du mal die 8 QIs. Ähm. New Neurons. Grow 10 Billion Hi-Fi-Rons. Hi-Fi-Rons. Ich sollte mehr so abgehackt sprechen. Gut, dann haben wir noch mehr Archive. Das heißt, ich produziere jetzt noch mehr Larven. Ich habe zu viele Larven. Damit komme ich gerade nicht klar. Das hatte ich noch nie. Dabei spiele ich doch das schon seit Jahren in der ESL. Ich spiele Diablo in der ESL. Nein. Nein. 10,1 Millionen. Grow das mal und dann warten wir noch eine Runde. Das kann man sich leisten. Was hat man denn noch so an Achievement-Points? Das wollte ich ja auch noch haben. 23 Upgrades noch. Neuronerd. Also den könnte ich schon growen. Das ist kein Ding. Das finde ich dann auch noch bekommen. Also ich möchte auf jeden Fall noch die 200 Upgrades haben. Das wäre schon geil. Fände ich schon leichterregend. Solche Dinge erregen mich, ja. Ne, nicht so wirklich. So. Hier waren noch ein paar Tröhnchen da. So, passt schon. Kann ich das jetzt kaufen? Das kann ich kaufen. Sehr gut. Ah, ich habe schon wieder vergessen, was ich noch erzählen wollte. Ich wollte dir doch irgendwas erzählen, glaube ich. Kauf's mal ein. Machst mir hier mal Quadrillionchen draus. Und dann graust du mal 50 Millionen neue. Man hat's ja. Man hat's ja. Na, wir wollen ja mal nicht so sparsam sein. Hier, so, komm. Also das lohnt auch nicht mehr. Okay. Das läuft alles. Das dreht sich nach oben. Wie eine Schraube, die man rausschraubt. Komme ich jetzt auf Schraube? Ich habe keine Ahnung. Einfach mal wild von einem Thema zum anderen springen. Konsistenz? Wer braucht das schon? Als nächstes mache ich noch gute Videos. Als ich jetzt erst wieder eine über meinen Stil beschwert. Kaufe mir das Abgeld noch. Das war ein bisschen früher. Aber wenn ich die dann sowieso gleich wieder verballere, ist das ganz gut. So, ähm. Dabei schreibt mir Stil doch ohne IEE. Leute, wenn ihr schon beleidigt, dann müsst ihr doch auch wenigstens die Wörter richtig schreiben. Sonst kommt das doch lächerlich. Mal ein Rechtschreibvideo machen. Nee. Nee. Nee, ich glaube nicht. Vielleicht soll ich doch lieber noch davon welche bauen. Das lohnt sich, glaube ich, noch ein bisschen mehr. Bin mir nicht sicher. Mein Name ist dir nicht sicher. Queens. Nee, ja. Ich kann nur noch ein paar Stunden spielen. Wieder mal zwei Stunden durchgejagt. Schon wieder sind zwei Stunden noch ein Bruch. Kui. Ja, okay. Lohnt sich doch nicht mehr. Nee, im Moment. Das ist Kui. Ja. Ja, dann brauchen wir davon kommen. Beim anderen sind wir also ziemlich am Limit angelangt. Das sind auch Larvenverschwendungen, von denen ich immer noch 3,9 QA habe. Läuft bei mir. Läuft. Wenn ihr nicht besser in dem Spiel seid, dürft ihr mein Leben nicht kritisieren. Dann machen wir noch mal noch ein paar Pampelionchen mehr. Oh, jetzt gehen mir die Larven aus. Das sehe ich jetzt erst. Dinge gibt es. Die gibt es gar nicht. Der Wahnsinn nehme ich auf. Ja, ich nehme auf. Okay, alles gut. Nö, du nimmst nichts auf. Du kannst doch nachher nichts hochladen. Ja, genau. Ja, ausgerechnet. Das hier ist das Projekt, das ich hochladen muss, weil das alle sehen wollen. Ich kriege ständig Mails, dass ich doch da mal mehr hochladen soll und warum nicht mehr kommt und dass ich einen stinkenden Spasten... Okay, die stinkenden Spasten-Mails bekomme ich auch sowas. Das ist ja jetzt auch keine Beleidigung, sondern einfach nur eine Tatsache. Wenn die Fliegen von der Decke fallen, weil du so stinkst, dann stinkst du halt einfach. Muss man das schon eins sehen. Hm, wir machen noch mal fünf Quadrillionen davon. Oh Gott. 6,41 Billionen lese ich hier gerade. Läuft. Läuft. Kann ich ja doch noch was senden heute. Na toll, muss ich ja noch länger aufnehmen. Muss ich ja Arbeit achten. Soll ich mir vielleicht noch Mühe geben in meinem Display? Geht's los hier oder was? Mühe geben? Stell dir das mal vor, ihr müsst euch Mühe geben bei irgendwas, was ihr tut. Was ist ja alles das denn? Na komm, hier mal ein paar Billionen. Das geht ja gar nicht. Mühe geben, äh. Das ist wirklich... Nee. Soll ich vielleicht noch Deutsch sprechen oder sowas? Äh. Versteh dich gar nicht. Red mal ordentlich Deutsch. Spack. Nee. Nee. So weit kommt's nicht. Das lassen wir lieber. Das lassen wir lieber. Dies wollen wir mal nicht. Das wird ja dann noch Arbeit. Hallo? Das wird ja... Sechster soll ich vielleicht noch ordentlich schneiden und sowas? Äh. Nee. Nee. Oh, 10,1 Billionen. Hm. Läuft. Läuft. Passt schon. Ich hatte da gerade irgendwie die Möglichkeit nochmal irgendwas zu verbessern, glaub ich. Glaub ich. Bin mir nicht ganz sicher. Ähm. Jetzt bin ich auch schon im Trillionenbereich angekommen. Na großartig. Soll ich so eine nächste Frage bringen? Hab ich noch Archiv mit zur Verfügung? So. Eins kaufen, eins kaufen. Ich kann hier nochmal was verbessern. Tatsächlich. Klar. Komm. Mach. Hm. Ähm. Ja. Nehmen wir nochmal mit. Nehmen wir es nochmal mit. Warum nicht? Ich denke mir auch, wenn wir nicht einkaufen gehen. Einmal nehme ich noch den halben Laden mit. Beim nächsten Mal bin ich dann sparsamer. Und kauf dann noch mehr. So. Was wir jetzt zum nächsten Punkt bringen. Ich grau mal einen. So. Nucleos. Grow your first Neutron Cluster. Oh Gott. Hive Network. Networking your hives neuron allows them to coordinate the action much as a signal entity wouldn't. Das langsam wird es lächerlich. Network also allows them to play games and watch videos of cats. Ja. Cats. Genau. Ich hätte das vorher tun sollen. Naja. Egal Karl. Ähm. Gut. Jetzt können wir Katzenvideos schauen. Natürlich nichts anderes. Ähm. Erstmal ordentlich Videos mit Pussy schon, oder? Ähm. 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 Das machen wir in der nächsten Runde. Oh. Jetzt sind wir auch schon bei QI. Ja. Dann machen wir halt da weiter. Was soll der Geiz? Was sieht es denn aus? Ja. Goon haut schon gut ein Ei. Goon. Woher kenne ich den Namen? Woher kenne ich den Namen? Ich weiß nur nicht woher. Kann ich davon 10 kaufen? Nee. 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 Reicht nicht. Okay. Wir können noch ein Drone-Upgrade kaufen. Für Dronen. Können wir Games of Drones machen? Ähm. 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 Ja. Ich weiß. Der wird zwar toll. Ähm. Alle beneiden mich immer, wo meine Qualität hochwerten gibt. Als ob. Jetzt wird es nicht mal schreiben. Das ist völlig richtig. Ah. Ich hätte das... Hallo? Lässt du dich mal... Oh. Boah. Ich bin schon... Ja. Kein Computer. Ähm. Kein Boy. Ja. Passt schon. Ähm. Was wollte ich tun? Ich wollte irgendwas erzählen. Aber ich komm... Nee. Ich glaube das wird heute nichts mehr. Hä? Ach. Ich hab noch nicht den Zeitsprung gemacht. Denk mal schon. Wieso sind das so weniger? Hä? Irgendwas stimmt hier doch nicht. Ich... Irgendwas stimmt hier nicht. Jetzt sind's... Achso. Ich bin ein schlauer Hund. Dann braucht man hier 18 Billionen, denn dann kann ich hier 10 growen. Dann sind das hier auch gleich mal 108 Billionen, ne? Dann load dat auch, ne? Man muss ein bisschen rechnen, ne? Dann basta das schon, ne? Kannst du auch mal richtig reden? Nee. Das geht nicht. Das ist jetzt absurd. Äh. Kann das sein, dass ich mich aussersehen da gekauft hab? Kann das sein? Na, das ist albern. Na. Na, das würde ja bedeuten, ich würde Fehler machen, was ich ja nie tue. Ähm. Ich bin ja bekanntlicherweise fehlerfrei. So viel Archiveaufristung bräuchte ich denn noch. Also das sind ja nur die 184, ne? Das sind nur die unteren die Zähne. Ja, richtig. Dann brauche ich noch 16. Äh. Alter, falsches Ding. Da, äh. Äh. Das schaffe ich heute nicht mehr. Ich würde, ich hätte gerne auch dieses eine Archiv mit noch. Äh. 55 Billionen. Ja, kann ich grad mal. Ich brauch mal eine. Da wird mal einen haben. Und da brauchst du nochmal 55 Billionen. Gut. Ähm. Gut. Noch mal ein paar Minuten, dann können wir noch mehr Upgrades kaufen. Das reicht aber nicht, weil ich muss nochmal warten. Scheiße. Ich hasse warten. Äh. Wer tut es nicht? Wer sagt schon, boah, ich warte gerne. Ne, das macht doch keiner. Die Aussage nicht. Niemand wartet gerne. Wohl. Vielleicht gibt es irgend so jemand mit so nem kranken Sexfetisch, der sagt, boah, ich steh total gerne an. Alter, das macht mich total reich. Rattisch macht mich dat. Rattisch. So richtig hart rattisch macht mich dat. Ne, ich glaub das Upgrade lohnt sich nicht mehr. Ne, ich fürchte wir werden... Ne, 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 es wird heute noch nicht so weit sein. Schade. Ich weiß, ihr wartet auf diesen einen Moment, dass ich mal wieder ascende. Ähm. Und das Spiel ganz spannend nochmal von vorne starte. Ich weiß, ihr wartet auf diesen einen Moment, der in die Geschichte eingehen wird. Das ist der Moment, in dem nichts Spannendes passierte. Aber es wird heute nicht passieren. 7,71. Großartig. Ähm. Sehr gut. Ähm. Was wollte ich noch tun? Noch ein paar Billionen hier kaufen. Passt schon. Ne, wird heute nicht mehr passieren. Schade. Schade. Ich möchte ja gar noch dieses 200er Archiv mit haben. Einfach um es zu haben. Und weil es mehr Larven bringt, was vorteilhaft ist. Wir haben da nochmal 100 Billionen mehr. Naja, nicht ganz. So, in etwa. So, langsam gibt mir auch wieder die Energie aus. Sehr gut. Kann hier jetzt endlich wieder aufhören. Boah. Ist voll die Arbeit. Ist anstrengend. Es wird zu viel Arbeit, das Spiel. Ich höre lieber auf. Ja, ist zu viel Arbeit. Zu viel Arbeit. Genau. Ist voll anstrengend hier. Also, ich muss mich schon höchste konzentrieren. Höchste Konzentrierung machen, Alter. Ich muss manchmal sogar sprechen Deutsch, ey. Aber das nur manchmal. Ähm. Was zum nächsten Punkt bringen. Was hätte ich noch so in Reichweite? Ähm. 13. Äh. Das schaffen wir heute nicht mehr. 100 Billionen Neural Clusters. Äh. Ne. Crawler First Dingsbums. Das müssen wir auch noch machen, oder? Irgendwie müsste doch da First Dingsbums sein, Alter. Hive Network. Ja, ich kann 43 crown. Toll. Das ist ja toll. Ich fehlen noch 12 Upgrades. Scheiße. Ja, dann muss ich das wohl im nächsten Mal machen. Das ist jetzt ärgerlich. Aber, was willst du machen? Dann machst du den Litch. Hä? Schade. 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 So. Damit die nicht so einsam sind, die Nuller. Die Nuller. Kennt ihr das, wenn ihr nicht seid und einsam? Das ist crown. Wieviel könnte ich crown, wenn ich jetzt... Jetzt habe ich QA. Da kann ich Billionen. Weißt du was, wir machen das jetzt einfach mal? Jetzt habe ich... Lohnt sich doch noch. Äh. Ich kann nicht. Schade. Ähm. Egal. Karten. Hat sich nochmal gelohnt und... So, das ist... Ja. Vergiss es. Das ist 72. Würde ich gerne mal draufklicken, aber dann produziere ich kaum noch Drohnen und das ist kacke. Von daher wird das nicht passieren. Und die Larven. Ich habe sie doch wieder durchbekommen. Puh. Ich habe mir schon echt Sorgen gemacht, dass ich zu wenig Larven habe. So, jetzt muss ich aber auch noch hier 1024 hatchen. Swarmling. Swarmling 4, um genau zu sein. Nicht ganz so gut wie Ultima 4, habe ich gehört. Aber hey. Ultima muss ich auch irgendwann noch let's playen. Das wäre die Hölle. Von vom ersten Teil an. Kann nicht so schlimm sein. Ist ja nur von 82. Oh Gott. Okay. 15,1 Billionen. Das heißt, beim nächsten Mal werden wir Ascending machen, hoffe ich. Also... Ich hätte wie gesagt hier noch 12 Upgrades, die ich haben möchte. Denn dann bekomme ich noch ein Archiv. Wenn wir schon so nah dran sind, machen wir das noch. Das würde ich alles nicht mehr schaffen, weil das ist 100 Quintel. Ja. Das ist alles viel zu viel. Aber wir werden dann noch das hier bekommen, wo ich ein neues Ding kaufen kann. Macht 20. Und das dann macht 50. Macht 70 Punkte nochmal mehr. Das ist schon mal gut, wenn ich dann dieses Archiv mit Dings kaufen kann. Sehr gut. Apropos Archiv mit Dings. Ähm. Ich möchte jetzt noch 1024, aber das dauert zu lang. Scheiße. Gut. Ähm. Vergiss das. Hier jetzt schon. Hier nochmal eine Menge, die man gar nicht mal wahrnimmt. Hat sich nicht gelohnt. Ähm. Ne. Das dauert zu lang. Das dauert jetzt aber zu lang. Ähm. Machen wir hier nochmal Trillionchen. Merkt man das schon. Nö. Ach das wurde ein bisschen größer. Spieß das voll aus wie Spacko. Ja. Ich weiß. Machen wir hier noch eins. Ja komm damit ihr nicht so einsam ist, grauen wir hier noch eins. Hier grauen wir nochmal zwei Billionchen. Und dann. War es das für heute auch? Und das nächste mal wie gesagt. Zwei Energie. Ähm. Ob man irgendwann Energie zurück bekommt. Was kaufe ich? Ich weiß gar nicht was ich mir kaufen soll. Egal. Ich hab dann 15,1 Billionen. Ich hoffe es reicht für zwei gleich. Aber egal Karl. Das war's für heute mit Swarm Simulator. Ich mach dann irgendwann die Woche weiter. Ähm. Sag wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.